Herzlich willkommen im Café Bornbachtal. Genießen Sie auf unserer Sommerterrasse oder in den gemütlichen Räumen die große Auswahl unseres der Saison angepassten Kuchenbuffets. Selbstverständlich sind alle Kuchen aus eigener Herstellung. Seit 1993 gibt es unser familiengeführtes Café. Gerne richten wir für Sie Ihre Familien- oder Betriebsfeier bis 70 Personen in unseren Räumlichkeiten für Sie aus. Nebenan finden Sie die Stonzer Kunststil. Eine Chronik informiert über die Geschichte von Stadensen. Hier stellen Hobbykünstler aus der Region ihre Werke aus, die Sie hier auch käuflich erwerben können. Café Bornbachtal ist das beliebte Ausflugsziel in der Nähe von Uelzen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.